moin moin und willkommen zurück wir befinden uns bei night war also battle chases night war immer noch im loch dungeon und ja sind jetzt wie man sieht kann nicht so weit gekommen mehr wir sind immer noch fast im ersten raum wie man sieht also deswegen gucken wir mal was es jetzt noch geben wir uns mal hier ein paar gegner abbelegen er besiegt muss ja möglichst klein zu verschaffen diesen höhlen okay wir haben ordentliches abbekommen das macht aber nichts leute ich habe immer ganz gut erklärt dass ich weiß nicht der muss einen platz machen hier und soll er unterbrechen arme Typ wir haben die Schlacht mühelos gewonnen so oh hier ist die Kiste da gibt es nichts mehr zu sehen da kann ich wahrscheinlich nicht rein oder? aber da kommt wahrscheinlich so nicht rein da geht es rum um schreiende Erfahrungen trinken? klar super du gewinnst mehr Erfahrungen schlachten das ist doch super ich mag mehr Erfahrungen huch vielleicht mal wieder was bauen hier unten super da oh hier gibt es Fleisch hier gibt es eine Kiste wollen wir die Kiste machen? ach shit shit das war natürlich blöd da 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 warum nicht Wir müssen gleich schnell loskommen. Mal kurz, dass auch was funktioniert. So, cool das immer. Okay. Ähm, wo ist er jetzt? Äh, ist auch echt blöd. Jetzt muss ich leider selber heilen einmal. Und du musst... Oh, die Schaden reinhauen. Oh, shit. Feuerbombe. Fustbombe. Blitzreplätze. Reinige Bombe. Entfernt einen Schläger. Oh, oh, das wird nicht so. Wir sterben. Ich glaube, wir werden alle stoppen. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Warte, die haben meistens nicht mehr zu machen. Kannst du reinigen? Oh, der ist hier. Oh, der wird's work, oder? Was soll ich machen? Ich muss mich irgendwie heilen. Was passiert immer? Oh, Alter. Oh, shit. Okay, das bringt nichts. Eigentlich müsste ich heilen. Eigentlich müsste ich heilen. Okay, das muss ich ja machen. Und du? Ausbeben. Okay, das muss ich ja machen. Was? Hm. Okay, das muss ich ja mal hinbekommen. Er ist viermal vergiftet. Okay, das heißt, er wird so oder so sterben. Also heilen wir lieber ihn hier. Eine Superkraft hier. Shit. Oh nein, das wird nichts mehr. Wir sterben jetzt. Oh, das ist ehrlich. Ich bin super vergiftet. Scheiße, da bin ich dran. Oh, verdammte Axt. Hätte das nicht später passieren können? Scheiße. Das ärgert mich total. Mist. Da müssen wir nochmal rein. Da müssen wir definitiv nochmal rein. Oh, das ärgert mich jetzt. Das ärgert mich ein bisschen. Was soll man machen, ne? Das bringt ja nichts sich weiter zu ärgern. So, wir sind natürlich wieder im Dorf jetzt. Was ich hier echt essen, das? Na ja, gehen wir nochmal dahin jetzt. Da kann ich ja schnell hinverkommen, irgendwie. Ja, eigentlich nicht. Wir haben den gleichen Weg hier. Ist ja auch gescheuert. Na gut. Da kommen wir ja unbeschadet dahin. Wäre ja wünschenswert. Ich glaube nicht. Zwei, drei Kämpfe müssen wir auf jeden Fall machen. Versucht dahin zu kommen wäre utopisch. So. Na, da habt ihr's. Doch, ich glaube das kann wir es schaffen. Es war auch dumm, dieses Viech anzugreifen, aber was soll man machen? Was soll ich jetzt so startet? Unreine Leder schwingend weder maus. Ich glaube nicht, dass das so teufelig ist. Wird so gut. Ich glaube nicht, dass das so teufelig ist. Wir fahr beseitigt. Wir fahr beseitigt. Oh, Systemerror. Ja komm. Yes. OK. Unreine riesen in jedem Stimme. Sind alle unrein hier irgendwie. Los geht's. Kleiner Bauchkotter. Bumm. Der Stuhl vom Kopf. Und einen kleinen Spell. Und du ist entflammt. Mach ich nicht. Ich habe viel Lust. Perfekt. Diese Riesen-Pox-Anschuhe hat. Oh. Gehen wir jetzt rein nochmal. Und dann wieder raus. Verstand der Super-Kraft-Balken bleibt nach einer Schlacht erhalten, sodass man ihn sich für eine Tatsache machen kann, wenn man ihn wirklich braucht. Immer daran denken, Plakons mitzunehmen. Gute Vorbeutung ist der beste Weg, um zu vermeiden, dass eine mitten in einen Dungeon plötzlicher Mana alles Mana rausgeht. Ja. Ich musste manchmal voll ballern damit. Na komm schon. Oh diese Ladezeiten. Man musste meinen, dass es keine Ladezeit mehr gibt. So im. Was ich, was für ein Jahrhundert. So. Geht da hoch. Ja, es ärgert mich schon. Ich gebe es dazu. Ärgert mich total. So weit waren wir jetzt ja gar nicht. Der Gegner wieder da? Ah, da. Na gut, wir sind trotzdem hier rein. Wie ist der Lapinische Jäger? Was ist derte Markt? Oh, jetzt. Das war schon mal ein Schliebenscher. Holmes zumach. Ja, das ist nochmal ein Schliebenscher. Es ist völlig zu fühlen, warum. Oder wo die Pastoren kommen wollen. Ich glaube, das ist nochmal ein Schliebenscher. Und das war ja auch immer ein Schliebenscher, das ist aber ein Dich. Ja. Ich halte mich noch ein Sörger. verbrannt und unterstellt. Ist nicht cool? Ja, alle, okay. Schlechern, ich jetzt mal anwenden. Na gut. Da kannst du dich schnell mal heilen. Und du, die haben wir heute. Ach scheiße, ich kann dich nicht heilen, weil du musst ihn jetzt töten. Ah, das wird jetzt nicht gehen. Musik! Wir haben jetzt auch schon zerstört, also können wir hier hochgehen. Wir haben schon was gelesen. Auflesen. So, und hier geht's weiter. Wir betreuen ihn erstmal nicht mehr. Flucht ist eure einzige Überlebenschance. Wir betreuen ihn also. Nur ist das nicht mehr so knapp. Sie haben auch einen Rapsompluss am Ratsompluss am Ratsompluss an. das tut er auch noch. Im Bauchtreffer müssen wir ab erhalten. Das ist verdammt frei. Genau. Sehr schön. So, das müssen wir natürlich mit dieser blöden Kiste gleich aufpassen. Machen wir erstmal eine Bergbank und ein paar Sachen fertig gleich. Da können wir es schnell machen. Na versuch'n. Ich habe hier ein Volk geblubber. Betäubung. Was? Ach so, hat er ausgeliefert. So. So. Ich habe nicht weniger, aber ich auch nicht. So, wenn wir kurz erhoch das Los wieder aufmachen wollten. Die Tür. Dann greifen wir jetzt diese blöde Kiste. Ach, die Kiste ist gleich wieder da. Schade. Na gut. Wir müssen mich aber nicht mehr angreifen. Das ist schon richtig. Guck mal, dass der Bergbank irgendwas bauen kann. Wir haben was für wichtiges, dass ich was sein könnte. Steinmesser, Waffe. Nein. Rohrenschule brauchen wir alles nicht. Brauchen wir nichts. Was? Einer kann das gebrochen. Achter, kann man da hier. Aus Wolkweiß ein gewonnener Stoff kann für die Erwertung von Qualität weiß rausdrücken. Machen wir doch mal. Und wir fertigen es mal an. Keine Wolle. Oh, machen wir erstmal fertig hier. Wir können noch genug haben, wenn wir später mal was nachbauen wollen. So, jetzt geht es nicht mehr. Mach der aber nichts. Dann machen wir mal hin. Gehert ist das Leder. Kann man das machen? Ja. Man kann das richtig viel davon machen. Ich war nicht mehr. Einstelle von einmal. Achso, guck mal. Material hier. Okay, machen wir erstmal das hier fertig. Wollen wir nicht einstellen, dass wir gleich mehrere machen wollen. Geht das nicht? Nee, geht nicht. Also schade. So. Oh, das andere hier. Oh, läuft doch ganz gut. So. Was haben wir noch? Die Härte des Leder. Aus Fälsch und gewonnenes Leder. Kann für die Fertigung von Qualität besser aussehen, als der aus Fälsch und gewonnenes Leder. So. So. Einiges Neues bauen jetzt. Keine Rezepte. Wir haben hier unten gefunden. Da fangen wir mal. Da haben wir was. Brauchen wir mal nicht. Dann machen wir mal wieder fertig hier. warum war das nicht schade natürlich schön gewesen jetzt leider nicht okay hier war das abgerast ich will mir auch die dann schon karte gleich mal wäre ja auch nicht verkehrt das ist ein tolles das ist ein tolles das ist ein tolles ich habe mich dann auf der stuhl nur die angreifst das ist es anscheinend nicht wo Oh Gula Das ist irgendwie so ein Eis-Typ. Oh shit. Oh, die muss aus wie farb bauen. Also, klappt aber leider nicht mehr. Lammfrauen. Oh, das ist eine kleine Scheiße. Oh, das ist eine kleine Scheiße. Ich will schnell platt nach hinten. Na, nacht, nacht, nacht. Oh, das ist mit. So, wir haben es geschafft, yeah! So, den Eis rein, hier holen wir uns auf jeden Fall auch nochmal. Oh, wir haben ihn erwischt. Das wäre sehr geil, ok. So, wir haben vor allem immer wieder Leben wieder in den Trecken, was ja praktisch ist. So, wir haben ihn jetzt mit kleineren Schlägen für die Sonne halt wieder. So. 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 So, wir haben ihn verkehrt. Ok. So, das wird immer leichter, sagt er. Naja, so leicht bin ich das gar nicht. Oh, hier. Da sind keine Blätter aufgestiegen. Super. So. 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 Wir werden aber jetzt mal das hier ein bisschen nutzen, um eine kleine Pause zu machen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Ja. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.